hallo leute und herzlich willkommen zu einer neuen folge rafft staffel 1 zusammen mit red heute geht es wahrscheinlich so bis darum diese intel dopen zu erkunden ja von absoluten ja genau erstmal abbluten das wichtigste und dann gucken wir eigentlich mal ich hab ja wir werden sehen ich will jetzt aber ganz kurz noch hier zwei türen hinbauen das bräuchte aber nägel und die haben wir schon oder hier haben wir natürlich ich gehe jetzt auf die insel und gute schätze genau schon mal finden wir einen neuen glary ja das ist gut dass du mich erinnerst da soll ich vielleicht auch dass die kanone mitnehmen ja gerne fangen dann hätte ich wieder einen schönen glary haben wir eigentlich noch schilder wo wir so etwas rauf malen können also aufschreiben wir sind immer so nachgucken dann können wir die kraft machen wir nicht jetzt wir haben aber noch drei da bin ich nicht die nase putzen alter entschuldigung ja kamer junge achte sie ist fertig das immer schön was habt ihr so viel temperatur aktuell in der schweiz was habt ihr so viel temperatur aktuell in der das war zweieinhalb grad ist wirklich buch oder warum ist das kälteste die woche war nicht schau einfach jeden morgen wir haben so ein temperaturending bei uns in der küche und da schau ich halt jeden morgen beim essen steigt das an und studiere das wetter ich hab bin praktisch wetter student wetterologe ich habe keine ahnung wie der fachgriff dafür ist auch irgendwie so orologen oder so ja genau die sind für andere bereiche zuständig aber nicht fürs wetter was ist das wetter wetter meteorologe meteorologen ja alter was haust du mir auf den kopf was soll das okay hilfe das werde ich irgendwann mit mein king machen was alte wie prachtvoll unser raft von weit weg einfach aus der junge es ist krass schon hätte ich habe auch bäume abgebaut und so aber irgendwie signale von einem schatz empfangen ich gerade noch nicht ne der vorgemacht einer steigflug waa oh gott hier geht es runter was war das denn aber die habe ich bisher auch noch nicht gesehen außer das wildschwein der kommt schon wieder keine scheiße keine scheiße und ein wildes viking ein bisschen lahm auf der hinsicht nur ein lama viking oder vielleicht auch noch eine oh gott einen wildschwein aber kriegst ein sprich von mir so was machst du eigentlich was kann ich gemacht die ganze zeit aber was hast du ja hauptsache ich sag mein fall so wer es nicht mit und dann ist du plötzlich ja ja noch nicht noch deshalb bis um 11 auf er musste ich schon fast bei allen es ist so geil wenn es dunkel ist aber es noch nicht direkt spät ist ja aber ich fühle mich halt müde aber ich habe auch morgen freie soja alles klar der hat einfach frei ich muss morgen ja ich bin aber ich habe ja ich muss ich hätte ja morgen auch in die schule muss aber ich bin halt auf einer hochzeit deswegen weiß ich weiß nicht ach so du brauchst wasser wie sieht das aus jetzt wenn du wenn es ist einfach nass wikings sind wieder so viele bäume es kann wenn ich das mit ziege wir können uns über uns milch holen wir eine ziege an uns an jahr und ein larry 2 nee nee komm mal komm auf die insel bitte oder bist du unter wasser tauchen auch mann ich bin eigentlich noch im rafter rumspassen das bist du immer noch offenhaft ja ich komme jetzt aber ich muss aber erstmal noch mal in den etat lernen jetzt ist das lama wir nehmen auf jeden fall beide tiere mit auf unserer haft haben nämlich zwei lamas und ziege dann hat dann hat schon ein freund 2 2 2.0 ja 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 wie heißt der hund schon und das schaaf ich muss es kurz googeln leute aus wissenschaftlichen gründen glaubt der hund hat keinen namen wie heißt wird redet doch keiner von ja vielleicht schon und von hitler was hat hitler und ja er hat nämlich die auch und nun mein kotck nein spaß und gibt wie heißt du das wollte ich schon achten schon so stress main wie heißen der hund von schaff bitte ah ja besser ja cool jetzt ist das lama zu dem wildschweigen gerankt werden zu wissen ich verarschen so jetzt kommen wir auf die insel bitte er muss erst mal eisen fahren ich gehe wieder egal ich würde die ziege schon mal ziehen ich kann die junge zwei lamas auf der insel oh mein gott lotto ist wir brauchen noch ein weiteres wie heißt ja wie heißt der bauer von schon das schaffen er hat glaube ich ein er wird der große der heutige scheiße ich bin da verdursten natürlich genau wo ich jetzt das tier genau ich würde nicht absetzen das eine ist ein baby lama oh mein gott wie heißt das baby und schon das schaffe ist wieder so ein shop aber auch niedrig also bei uns sind das niedrigste was ist sind fünf bei uns wie viel ja bei dir waren ja null nach hier werden bei euch durch den tag dann so ja jeden bis fünften ja okay bei uns auch ja es wird kälter aber her mein king das will wir hilfe kann ich dir das scharf abnehmen aua also das lama hilfe ich werde sterben wo bist du denn auf der insel ausrastet ne aua ich bin tot echt ne noch nicht ganz ich habe grau und ein millimeter jetzt bin ich tot wo fliegt der vogel hin ach da unten du bist doch ein hund digga weißt du erzählst mir was dann komm auf die insel mit drauf dann bist du noch nicht einmal auf der insel gewesen komm auf die insel aber ich muss die aufs bett tragen doch das ist aber unnötig ich muss mich ins bett tragen wie kann ich dir einfach wieder loslassen ach ja schade ich nehme dich mit haben wir das tier jetzt mitgenommen oder habe ich das noch in der hand ne das ist also hat sich verabschiedet oder so also wir dürfen die tiere erst auf unserem raft loslassen merken wir uns nicht gekommen ist da gewesen dann hättest du nämlich den vogel auf dich lenken können ich war ja da aber er wollte halt dich ja ja hilfe also alter ist das warm du hast ja auch dein fluschen guckt durch die mann er schläft feierabend feierabend so jetzt wieder da gut es kann sein dass einfach dass uns hier noch um sein wollte vielleicht trage ich das da aber kurz auf die auf straft und du kannst die weiter looten oder was irgendwie habe ich noch kein signal doch jetzt habe ich ein signal jungen sind auch bäume naja und das auch weiter der hat schon junger dieser mann hat einfach zwei samen gegeben der ehrenmann der hat auch noch mal eingegeben ähm hast hier unten auch noch bäume ne da war ich schon ah ok schon wo hat jetzt hier noch so ein lama ach nein jetzt muss ich hier runter hä wie da unten ist das signal ich habe es gefunden das lama oder die ziege ja ich weiß nicht was ist ist ein lama glaube ich die ziege ist schwarz ja können wir das ist ein lama oh 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 was ist das wildschweinhilfe ja wildschwein und lama kann man schon mal verwechseln ne 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 das ne 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 die chillen beide weil ich habe das lama gefunden oder ne 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 oh god das ist ja direkt hier helfe lass mich in ruhe nein ich will nicht oh gott lass mich in ruhe kannst du mir helfen komm Also, mit helfen meint ich einfach das Lama einfangen. Der Schatz war scheiße. Scheiß Stein. Oh Gott. Leute, da hat das Wildschwein getroffen. Oh mein Gott. Flood Twist. Die beiden sind aber schon gegeneinander. Wir lassen das Lama aber hier, oder? Nein, ich will aber das mitnehmen. Blitzer, wir brauchen nur ein... Aua. Doch, da läuft... Ne, da läuft ein Lama. Ich dachte, da läuft die Zwieger. Moin. Oh Gott, ein Zwieger. Ja, das ist sowieso ein bisschen mehr auf den Fersen. Doch, die Zwieger, doch. Ach, das ist die Zwieger. Ja, die ist sogar schon gezähmt. Ich hab sie, ich hab sie, ich hab sie. Ach, da oben. Wahrscheinlich auf der anderen Seite. Die Zwieger nennen wir Heidi. Ja. Wegen Heidi. Kennst du den Film? Alter, bestes Film. Heidi, Heidi. Hör auf zu singen, bitte. Deine Welt sind die Berge. So, jetzt haben wir ne Zwieger. Und ich bin bei dir jetzt. Und wir legen ab. Aber wir müssen erst noch Schrott holen. Ach stimmt, wir brauchen noch Schrott. Ach nee. Können wir das nicht auch kaufen bei diesen Shops? Wir haben kein Geld. Ja, schade. Wir sind doch YouTuber. Nee, du nicht. Ja. Du müsst doch unfassbar reich sein. Ja und? Ja und? Lass mich doch. So, Inventar nochmal leer machen. Und danach geht's wieder unter das Wasser. Oh, ich hör den Heidi, ey. Warum? Ja, Mio. Warum? In diesem Spiel abwunden fuckt der nur noch ab. Also fuckt der immer ab. Ja, ich wollt grad sagen. Kein Zeitpunkt, wo der Hund, wo der Heidi abfuckt. Bist du den Heidi kurz töten, weil du hast das ja so im Griff, ne? Ja. Hab ich tatsächlich. Können wir die Ziege am Bord und Eimer? Ja, brauchen wir also. Aber das ist kein Problem mehr. Können wir easy machen, wo ist der Hai? Okay, du willst es kosten? Weiß mich gleich einfach nur. Ah ja. Er war noch neu. Er ist glaube ich noch nicht gedamaged. Aber jetzt vieles darf unter der Wasser. Okay. Lass mir mal einen neuen Speer machen. Meiner wird kaputt gehen, als ich will nicht gegen den Hai hier feite. Ah ja, er ist tot, lol. Doch nicht. Der sah aber noch voll unverletzt aus. Er hat eine innere... Hier sind ja auch Kugelfische. Den bring ich jetzt erst mal um den. Oh nee, ich wollte dich nicht aufheben. Tut mir leid, Kuh. Er so... Oh nein, er platzt, er platzt. Ah! Explosion. Explosion? Kugelfisch. Explosion. Bekommen wir den Eimer zurück, wenn wir den verbrochen? Den... Ja, ja. Nein. Also ja. Hä? Wir behalten den Eimer. Was ist das denn? Achso, das ist das Gift von diesem Frosch, wollte ich gerade sagen. Giftfrösche in Raft. Genau. Eisigertrinke. Oh scheiße, ich bin genau unter unserem Raft. Perfekt. Und dann, komm doch wieder zurück. So ein bisschen, wo es hier tief geht und Kisten sind. Ja, ja. Manche hier geht's tief und hier ist ganz viel Schrott und ganz viel Metall und ganz viele Kisten. Wo? Hier, da, wo du gerade warst, da, wo, unter unserem Raft, genau unter unserem Raft, tief. Okay, let's go. Tief, tief. Ganz tief runtertauchen. Roll, roll, roll. Sollte es meinen Namen dort sehen? Ja, ja, die hat uns gerade mir vorbei, ich ertrinkt gerade. Oh mein Gott, hat es hier viel, holy shit. Ich habe doch gerade schon zwei Kisten und einen Haufen Schrott aufgesammelt. Ich baue mir das Eisen. Mein Leben ist an der unteren Grenze. Ich baue Eisen und alles ab. Ja. Einfach alles, was wir kriegen können. Eben. Ach, jetzt läuft mir diese Scheiße nach. Ja, ich habe dir gesagt, lass es lieber. Ich kann mich da immer nicht zurückkeilen. Merke ich. Oh, guck mal, scheiße, meine Luft ist leer. Oh mein Gott, habe ich ja gar nicht gecheckt. Ich frage mich, wieso schreit er so? Wieso blinkt das doch immer so rot? Scheiße. Find dein Glück, komm doch wieder zurück. Wir müssen auch bei Shellshock live aufnehmen. Ja, stimmt. Alter, ich sehe viel Schmetall und so, ne? Schmetall? Ich wollte Schrotz sagen. Aber wir brauchen halt Metall, weißt du, und zwar viel. Für diese Verstärkungen, wo der Heiter nicht mehr beißen kann. Ja, Metall ist halt echt, ja. Oh nein, ich werde sterben. Ich werde trinken, mein King. Ach, wieso? Weil ich nicht so lange kein Wasser war. Wobei, ne, wird knappe, wird klar, habe ich überlebt. Hä? Also, sagst du, mein Mutti, was ist sauer? Flüssig ist kaputt gegangen, deswegen. Ich habe nie einig gehabt. Ja, doch, du hast mal meine gestohlen, wie ein paar Folgen. Ich bin aber nicht damit getaucht. Oh mein Gott, der Bildschirm wird grau. Oh mein Gott, ich habe es überlebt. Das ist ein Bildschirm auch grau. Ja. Perfekt. Haben wir jetzt wieder ein bisschen Metall und Schrotz und so? Äh, ja, ich habe doch ziemlich viel Schrotz hochgebracht. Ja, eins der Kamerl. Na ja, komm, lass uns weiterfahren. Echt? Ja. Warst du das schon? Da musst du direkt weinen. Lass uns zum nächsten Storypoint mal fahren, langsam. Stimmt, wir sollen mal mit der Story ein bisschen weiterfahren, sonst würden wir hier nie fertig. Wo machen wir das Eisen rein zum Schmelden? Ach, hier drüben, ach so. Ich würde die schmelzen. Wenn dein Glück haben wir doch wieder so. Ich gebe mal, komm mal mit, wir gehen jetzt mal hoch und geben den neuen Code ein. Oder wir machen jetzt so das in meiner Folge, sagen halt so der neue Kurs auf die neue Dinge. Ja, weil ich gerade sagen, eigentlich machen wir doch das so. Leute, wenn sie euch gefallen lassen, schaut unbedingt in die Playlist, damit ihr keine Folge verpasst. Schaut auch bei Rap vorbei, dann werdet ihr in der nächsten Folge gerade sehen, wo wir als nächstes hinmüssten, zu welchem Storypoint. Ist das dann schon der letzte? Nee, zweitletzte? Nein, nein, nein. Okay, gut. Gut, richtig. Leute, ja, schaut bei Rap vorbei und alles, ne? Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao. Tschüssi. 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 Tschüssi.